Hallo, ich bin Kai von Officefrei und als Vater zweier kleiner Kinder war ich es irgendwann leid, den Großteil meiner Lebenszeit auf Arbeit zu verbringen. Ich wollte einfach dabei sein, wenn meine Tochter ihre ersten Schritte macht und wenn mein Sohn seine ersten Worte sagt und nicht stattdessen irgendeiner langweiligen Präsentation im Büro zuzuhören. Also habe ich angefangen einfach meine Einstellungen zur Arbeit hier oben zu ändern und habe anstelle von vielem arbeiten einfach smarter gearbeitet. Und dann während einer Elternzeit habe ich Alex kennengelernt und der hatte eine etwas ähnliche Lebensgeschichte, wobei bei ihm noch ein Burnout dazwischen kam, bis er anfing wirklich Änderungen in seinem Arbeitsleben herbeizuführen. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben dieses ganze Wissen, diese ganze Erfahrung, die wir nun als Väter von fünf Kindern gesammelt haben und wir waren selbstständig und angestellt. Also all diese Erfahrungen haben wir zusammengepackt und haben die in einen Online-Kurs gesteckt. Den sogenannten Work Smart Be Free Videokurs. Und wir wünschen dir auf jeden Fall richtig viel Spaß dabei, denn da ist mit Sicherheit etwas für dich dabei. Also viel Spaß dabei!